Hallo, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport-Fieber hier bei mir. Heute mit diesem schönen siebenteiligen Triebwagen hier der Schweizer Bundesbahn, der RABDE 500 ICN. Das ist ein gleisbogengesteuerter Neigetechnik-Zug. Bis 8 Grad kann er geneigt werden in engeren Kurven und somit auch in diesen engeren Kurven höhere Geschwindigkeiten erreichen als ein Zug ohne Neigetechnik. Gemoddet hat uns das Gute und zur Verfügung gestellt der Swiss CH. Den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Es gibt ein paar super geile Kamerapositionen. Am Bahnhof hat er auch eine eigene Ansage, wenn er losfährt. Ich zeige euch das gleich alles noch. Ein paar Infos. Das RABD steht für Restaurant an Bord, das A steht für Triebwagen 1. Klasse Abteil, das D steht für Triebwagen mit 2. Klasse Abteil und das D steht für Triebwagen mit Gepäckabteil. Das ICN steht für Intercity Neigezug. Ich glaube ab dem Fahrplanwechsel 17, 18 fahren diese Züge nur noch mit der Bezeichnung IC für Intercity. Hat keine ausländische Zulassung, ist also wirklich nur in der Schweiz unterwegs. Ist mal nach Konstanz am Bodensee, war das weiteste was er gefahren ist. Aber sonst hat er die Schweiz noch nicht verlassen. Ja, wie gesagt, gleisbogengesteuerte Neigetechnik. 44 Garnituren davon sind gebaut und unterwegs. Die fahren auf den Strecken von St. Gallen nach Lausanne, von Zürich nach Genf, natürlich auch immer wieder zurück, hin und zurück. Von Basel nach Bilbien, von Basel nach Chiasso und von Basel zum Züricher Flughafen. Ja, das waren jetzt erstmal ein paar Infos zu diesem Zug. Wir gucken uns den mal an. Ich habe ihn hier einfach mal abgestellt auf meiner Testmap. Das ist in dem typischen Schweizer Farben hier gehalten. Weiß-Rot. Und mir gefällt dieses Zug eigentlich recht gut. Habe ihn natürlich noch nie in echt gesehen. Ich war noch nie in der Schweiz. Schöne Kopfform finde ich hier. Auch mit eingeschaltetem Licht. Hinten dann natürlich in Rot am Ende. Hier oben auch. Auch hier der Aufdruck. SBB, CFF, FFS. Weiß ich ja auch mittlerweile wofür das steht. SBB ist einfach in Deutsch. Dann Schweizer Bundeswahn. CFF war glaube ich die französische Bezeichnung oder die italienische. Und FFS dann auch französisch oder italienisch. Also wie gesagt, das sind drei Sprachen einfach die Bezeichnung. Wurde ich mal aufgeklärt. Vor ein paar Monaten. Ja, dann beginnen wir hier Fahrradabteil und Zweite-Klasse-Abteil. Ich gehe dann hier weiter mit dem Zweite-Klassen-Abteil. Auch hier unten. Die Achsen und die Räder. Schön umgesetzt. Hier noch ein Luftauslass. Auch hier mit den Warnhinweisen. Bei dem Übergang hier. Sehr schick. Dann gehe ich die Pantographen am Wagen. Der ist aber nicht gehoben. Dann geht es hier weiter mit dem Erste-Klasse-Wagen. Der ist dann in Rot mit Restaurant. Schick hier oben mit dem Kabel, was vom Pantographen kommt. Hier raus. Ich gehe mit dem Transformator und gehe dann hier einmal rüber. Wie gesagt, Restaurant. Können wir mal reinfahren. Das sieht doch klasse aus. Sehr, sehr schick. Jetzt gehen wir weiter mit einem reinen Erste-Klasse-Wagon. Hier sind auch noch Knöpfe angebracht. Steuerungen. Hier kommt noch ein Erste-Klasse-Wagen. Die zweite Klasse. Hier ist auch der gehobene Pantographen mit den Transformatoren. Alles dabei hier. Wirklich super ausmodelliert. Wie gesagt, das Kabel geht wirklich von einem Pantographen zum nächsten. Sehr, sehr schick umgesetzt. Wie gesagt, dann wieder hier zweite Klasse. Wenn ich nicht rauche. Dann kommen wir schon zum hinteren Triebwagen. Die rote Beleuchtung als Schlussleuchte des Nachläufers. Auch innen. Alles schön. Hier die zweite Klasse. Gehen wir mal schneller durch. Hier kommt die Erste. Das sind dann Abteile. Hier noch drei Sitze in einer Reihe. Nicht vier. Damit mehr Platz ist. Sehr, sehr schick. Wie das Ganze als reiner Großraumwagen. Sehr, sehr, sehr schick umgesetzt. Das muss ich schon sagen. Ist auch Wendezug fähig. Kann also rückwärts fahren. Dann fährt den Bahnhof rein und fährt dann rückwärts wieder raus. Sehr, sehr schick. Was ich richtig toll finde. Die Kamerapositionen die umgesetzt wurden. Wenn man hier mal guckt. Einmal links unterhalb versetzt. Einmal rechts unterhalb versetzt. Das Triebwagen vorne. Dann können wir hier dem Triebfahrzeugführer von hinten über die Schulter schauen. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Weil der Triebfahrzeugführer dann nicht durchklippt durch die Kamera. Schön hinter ihm. Denkt euch einfach, er wäre ein Fahrschüler. Oder wie der Fahrlehrer da hinten mit dran sitzt. Und ihm zuguckt, ob er auch alles richtig macht und bewertet. Und dann haben wir das Ganze noch aus seiner Sicht. Und dann noch ein bisschen rechts versetzt. Hier sieht man auch den Führerstand. Sehr schön. Wunderbar. Ausmodelliert. Sehr, sehr schick. Links hier sogar mit dem Telefon noch. Dann haben wir diese Position. Gefällt mir persönlich auch super, super. Das ist nach hinten ausgerichtet. Einziges Problem natürlich. Da kann der Swiss-CH natürlich nichts für. Sind die Passagiere, die dann hier wahrscheinlich stören würden, wenn die hier drinnen sitzen. Aber ich habe mir da mal überlegt. Ich hatte ja auch im Forum gefragt nach so Kameras. Man kann bei Mitfahrten ja einfach... ...leer fahren. Also durch Bahnhöfe durchfahren. Oder quasi nur einen Anfangs- und Endbahnhof machen. Wenn man was wirklich auf einer Strecke fährt, wo fünf, sechs Bahnhöfe sind. Dass man wirklich nur von Anfang bis Ende durchfährt. Damit das nicht stört. Ich weiß nicht, wie man das vielleicht umsetzt. So habe ich mir das halt gedacht. Dann gibt es die Kamera noch in einem Waggon weiter hinten. Ich sehe das rechts mit den Häusern. Das ändert sich die Perspektive. Und dann haben wir das Ganze auch noch nach hinten ausgerichtet. Links und rechts versetzt vom Triebwagen. Und wir können auch hinten raus gucken. Quasi bei der Mitfahrt dann hinten raus gucken, was alles so an uns vorbeifliegt. Wirklich. Das gefällt mir schon mit den Kameras hier wirklich gut. Boah. Wir drehen den ganzen Zug nochmal. Lassen den nochmal hier in den Bahnhof fahren. Wir werden mal kurz einsteigen. Und hier seht ihr unten die Hand. Und hier, naja, klippt da ein bisschen dadurch durch den Sitz. Aber mein Gott. Das ist schon ein Knorke hier, muss ich schon sagen. Das gefällt mir. Hier in den Bahnhof, damit ihr nochmal die Ansage hört. Müsst ihr jetzt eigentlich auch rückwärts raus fahren. Genau, da seht ihr es. Fährt dann rückwärts wieder raus. Die Ansage habt ihr auch gehört. Wirklich schön umgesetzt. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Also das wird mein Zug jetzt mein Favorite für Mitfahrten. Ist schon sehr, sehr schön, wie er das hier alles so eingebaut hat mit den Kameras. Wir können auch nochmal in die Passagierperspektive gehen. Okay. War auch Schichtwechsel. Neuer Zugführer drin. So was ist halt verdammt nett. Das muss ich sagen. Wir beschleunigen auch gleich. Jetzt bei 40 kmh. Das kannst du ja mal ein bisschen schneller stellen. So. Jetzt beschleunigt er. Das Problem ist einfach, dass durch die Fensterscheiben verschiedene Züge aufgeschnitten sind. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, aber das sieht halt schon doof aus. Wenn Züge vorbeifahren, die sind aufgeschnitten an der Seite. Ja. Lässt sich leider nicht ganz vermeiden beim Modden durch Fensterscheiben, wenn man dann guckt. Bei Bahnhof Schwerin. Schweriner Hauptbahnhof ist das glaube ich auch. Wenn da Züge drin stehen. Wenn man guckt durch das Glasdach von oben rein, dass die dann aufgeschnitten sind. Ja. Hier fahren wir in den Tunnel rein. Fliegen wir nochmal nach vorne. Ja. Ich wollte nach vorne, nicht nach hinten. Sehr schick. Sehr, sehr toll. Ja. Gucken wir uns das nochmal kurz im Depot an. Sonst guckt ihr mal durch. Auf Rasen. Gucken wir mal ins Depot. Das habe ich hier hinten gebaut. Da geht man dann natürlich auf Elektro-Striebwagen und dann hat man ihn hier. Kapazität sind 139. Höchstgeschwindigkeit 200 kmh. Gewicht baut 375 Tonnen. Weiß ich wahrscheinlich auch wofür das 500 steht bei der Bezeichnung. Weil er hat einen Zugkraft an 500 kN. Leistung 5200 kW. Ladegeschwindigkeit sehr hoch. Von 14,0 und Lebensdauer 40 Jahre. Hier noch eine Beschreibung. Einer der wichtigsten Hochgeschwindigkeitszüge in der Schweiz. Hier steht nochmal seine Fähigkeit sich zu neigen. Erlaubt ihm einfach höhere Kurvengeschwindigkeiten in engeren Kurven zu fahren. Ist ja leider nicht umsetzbar. Ein Transport wie bei Ihnen eigentlich. Vielleicht im Nachfolge. Gut. Mit dem leeren Bahnhof und der Stadt. Verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und melde mich wieder wenn ich was Neues für euch habe. Macht's gut. Ciao.